Wisst ihr, welchen Moment ich letztens richtig schlimm fand? Und ich hab mich in dem Moment dann auch gefragt, ob ich nicht einen kompletten Schaden hab. Ich lag in dem Moment in meinem Bett, ich hatte meine Freundin im Arm, also sie hatte so ihren Kopf auf meiner Brust. Und mir ist in dem Moment dann klar geworden, ich hab eine gesunde Familie, meinen Freunden geht es einem gut, ich liebe meine Freunde über alles, mit meiner Freundin läuft es sehr gut, auch ihr geht es super. Ich hab einen Beruf, ich hab gerade Zeit für meine Hobbys, ich hab viele Interessen. Ich hab gerade legit nichts, was irgendwie scheiße läuft. Und ich wusste, dass das wahrscheinlich so der Peak in meinem Leben ist. Es wird vermutlich niemals besser. Ich lag da also in dem Moment und ich wusste, Junge, du musst diese Luft jetzt, die du einatmest, du musst das genießen, weil es wahrscheinlich die beste Luft in deinem Leben ist. Alles war genau so perfekt, wie es ist. Und am liebsten hätte ich hier an dieser Stelle dann einfach gesagt, mach das aus, lass diesen Moment einfrieren und für immer so sein. Wieso sorgt quasi der perfekteste Moment in meinem Leben dafür, dass ich mir gleichzeitig denke, ich möchte einfach nicht weitermachen. Ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen könnt, was ich meine, das waren einfach so diese Gedanken, die ich da hatte. Aber da denke ich heute auch noch öfter drüber nach tatsächlich.